Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie gerne einladen zu einem kleinen Exkurs, den wir genannt haben, Wissen, Sprache, Digital und der sich beschäftigen wird mit dem Aspekt der Sprache, bei dem, wenn wir Kulturgut im Netz zugänglich machen. Diesen Fokus in den Blick zu nehmen ist eine Idee einer Institution, die sich sehr viel mit Sprache, mit Kultur und mit kulturellem Erbe beschäftigt, nämlich das Goethe-Institut. Das Goethe-Institut hat dieses Jahr ein Projekt und eine Debattenreihe ins Leben gerufen und unternommen. Es heißt Deutsch 3.0 und beschäftigt sich kaleidoskopartig in verschiedenen Veranstaltungsreihen und Formaten mit dem, was Sprache ist, wie Sprache sich entwickelt in den so bewegten Zeiten von Globalisierung, Digitalisierung, Migration und Ähnlichem. Dies aufnehmend wollen wir also einen Schritt zur Seite wagen, also auch eine Möglichkeit, ein Zwischenfazit zu ziehen und einmal zu schauen, was passiert eigentlich mit Sprache, wenn wir Zugang bereitstellen zu unserem kulturellen Erbe. Wir arbeiten in den Metadaten, wir standardisieren, wir arbeiten mit Wortlisten, Normdaten, Thesauri, Ontologien müssen gemappt werden und dabei natürlich reduzieren wir auch die Komplexität der Welt, die sich in unserem kulturellen Erbe repräsentiert und standardisieren auch Sprache. Daran anschließend gibt es einen nächsten Aspekt, der in der Mehrsprachigkeit zu suchen ist. Also was ist mit den Inhalten, die nur deutsch verfügbar sind und in anderen Sprachen durchsuchbar sein sollen? Was ist mit den Metadaten? Wie werden die standardisiert? Wie gehen wir mit Mehrsprachigkeit um? All das sind Gedankenspiele, die uns angeregt haben, um diesen kleinen Exkurs zu initiieren und ich freue mich jetzt als ersten Referenten Thorsten Siegmann vorzustellen. Er hat in ganz vielen Projekten mitgearbeitet, ich glaube sie sind alle in einem europäischen Rahmen konstituiert und gelaufen und damit hat er sich einerseits natürlich damit beschäftigt, die Vielfalt des kulturellen Erbes zur Verfügung zu stellen und verfügbar zu machen, aber immer auch eben in den europäischen Projekten mit Mehrsprachigkeit umzugehen. Und er wird uns eines von diesen Projekten vorstellen, wo das exemplarisch ganz gut gelungen ist. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.